Hallo liebe Studentinnen, hallo lieber Student in unserem Deutschkurs A2.1 zu Kapitel 4, den Modalverben. Hier Fragen zum Lesetext von Goethes Zeilen. Willst du dir ein schönes Leben zimmern? Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen in ganzen grammatikalisch korrekten Sätzen, mündlich wie schriftlich. Nummer 1. Wie muss man nach Goethe leben, wenn man ein schönes Leben haben möchte? Nummer 2. Woran sollte man nicht festhalten? Nummer 3. Woran sollte man denken? Nummer 4. Welche Frage sollte man dem Tag stellen? Nummer 5. Bekommt man nach Goethes Meinung darauf eine Antwort? Nummer 6. Woran sollte man seine Freude haben? Nummer 7. Wessen Arbeit sollte man respektieren? Nummer 8. Was muss man vermeiden? Und Nummer 9. Was sollte man der höheren Macht überlassen? Ich werde Ihnen meine Lösungsmöglichkeit im Beschreibungsteil anbieten. Lassen Sie Ihre Antworten, mündlich wie schriftlich, von einem Deutschen, von einem Muttersprachler auf die Richtigkeit überprüfen. Ich sage Ihnen Tschüss, bis zum nächsten Mal.